Ah, hier ist noch ein E-Bee, den kann ich mitnehmen. Ne, das war total witzig. Der Feuerlöscher, der war auf dem Fleck und ich bin halt geflogen anstelle des Feuerlöschers und dann lag ich da. Was kann sein, dass Stefan mich gehauen hat? Nein. Ja doch, das kann schon sein. Hetzige Worte. Was du irgendwie getroffen hast. Deine Hintergrundinfo, wir wollten Baseball spielen. Also so ein Schläger in der Hand, er sollte mir zuferfen. Ah, es wäre auch witzig gewesen, das geht nicht zu. Hallo Stefan, wir müssen dich heile machen. Ja, ich bin immer noch sick. Ja, dann lass uns jetzt mal an die Küste gehen. Gelb, oder? Oder ist es noch in Richtung... Nö, 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 alles dunkel, alles gelb. Alfa hast du schon anders durchgeguckt hier? Ja, so grob, ja. Also die... Ja, die hab ich schon. Also die Garagen hab ich... Guck mal, da ist ne Schule, da kann man auch noch mal gucken, wegen Alkohol. Also diese Schule hier. Oder was immer das auch sein mag hier. In deiner Art. Aber das Problem ist halt, wir finden wirklich... Ich hab doch schon lange nichts mehr zu essen gefunden, das ist das Problem. Ich habe, ähm, äh, Kohletabletten wieder gefunden. Weiß, aber ich hab noch drei Stück. Aber nimm die mal mit. Elf Pillen sind da drin, ne? Ich nimm sie dir mal mit. Ich glaub, ich bin krank. Nicht körperlich, sondern geistig. Das glaub ich auch. Also, wenn du das schon selber sagst, ne? Dann hab ich glatt noch Hoffnung, dass wir dich auch wieder gesund kriegen. Besten braucht halt auch wirklich nichts. Also, das, äh, können wir auch selber machen, irgendwie. Irgendwie kriegen wir dich auch so dann wieder hin. Ich werd deinen Kopf mal gegen die Wand donnern und dann... So wie ich den Versuch hatte, Erik hübscher zu machen, indem ich ihn ganz doll gegen die Wand schubse... ...hat leider im Endeffekt nicht funktioniert. Naja, gut. Es gibt Menschen, denen kann man einfach nicht mehr helfen, ne? Bei dir hätt man's einfach gleich gelassen. Da hätt ich gar nicht... da hätt ich nicht dazu. Bei manchen Leuten hilft das ja auch nicht. Oh, hier ist noch mal ne Kneipe mit nem Biergarten. Da könnte vielleicht auch Alkohol irgendwo sein. Der offene Tür. Ach, hier ist die Kneipe. Nichts. Gar nichts. Oh, Schüsse. Noch der Schüsse. Das war ich. Ich hab geschossen. Was sagt das doch? Ja, aber ich war mich grade am konzentrieren. Da läuft einer auf der Straße. Oh, hier ist noch mal ein Brunnen. Also wenn einer, so wie der Ghost, der verliert das Wasser ja, weil er inkontinent ist. Der kann da gleich noch mal was trinken. Ist das wieder dieser Film, den wir verpasst haben? Natürlich. HBO. Fujitsu Film. Dolby Digitalfilm. Premiere. Die haben wir vergessen. Verpasst. Am 29. 8. 2009. Ah, er ist beim Bahnhof. Da hinten schießt noch jemand. Wer ist denn das? Das kann nur der Erik sein. Nein, ich bin in der Polizeiwacht. Hast du geschossen? Ja. Du warst doch hier vorne. Ich hab mich konzentriert. Ach so. Nein, das hab ich ja mitbekommen, dass da Schüsse waren und ich hab dich da auch herlaufen sehen, aber die Schüsse hörten sich an, als wenn sie von ganz woanders kommen. Wer ist denn jetzt hier so laut am Schießen? Ich hab mit dem Schalldämpfer geschossen. Ich hab auch einen Schalldämpfer. Der hat ein richtig lauter Schuss. So, da drüben ist der Hafen. Ja, mein Schalldämpfer ist ruiniert. Ja, das macht nix. Der wird dann schon irgendwann kaputt gehen. Naja, das war ich gerade, als er die lauten Schüsse hatte. Äh. Stefan, guck mal. Ich hab so'n Reinigungs-Kit. Vielleicht kannst du den damit auf, äh, ganz machen. Oder reinigen. Ich hab nen zweiten Schalldämpfer. Nein. Oh, ich hab schon so Angst gekriegt. Ich wollte das Inventar mit G öffnen und hab die Waffe weggeschmissen. Ja, hier hinten ist der, ich würde sagen, wir machen uns, äh, hier bin ich früher in Amar 2 immer mit dem Hutschrauber gelandet. Hier irgendwo. Da haben wir irgendwie getankt hier irgendwo immer. Irgendwo gibt's hier so dieses Fass, aber ne, hier ist das eigentlich nicht. Aber hier war's eigentlich immer früher. Da stand, ach ja. Irgendwas. Ja, wo man tanken konnte. Mit dem Hutschrauber hat man hier immer gelandet. In den Waggons ist auch manchmal was, ne? Also das sind aber zwei, ähm, Loks. So. Wir sind Berenzino-Hafen. Da ist auch noch ein Zombie. Ich brauch jetzt direkt auf den Hafen. Ich bin in dem Führer-Häuschen, weil ich führen will. Oh, was hab ich denn hier gefunden? Handschellen? Äh, Handschellen? Knicklichter? Die Partier losgehen. Ja. Oh, das ist auch einer der neuen Gebäuden. Oh, ich hab Kohletablette und Wasserpürfinerie. Keine Ahnung, wie das aussprochen wird. Ja, das sind die Tabletten, womit der Wasser wieder aufbereiten kann. Da ist auch ne Spritze, die kann ich dir auch mal in den Arsch jagen. Ich muss mal kurz reconnecten, weil irgendwie ist mein Rucksack verpackt. Äh, dann, äh, connecte mal. Ich hoffe jetzt aber nur, dass ich das mit dem Alkohol nicht falsch gesagt oder auch falsch gelesen hab. Ist dann Pech. Na gut, wir haben... Geht ja nur um mich. Ja. Hier ist... Hier ist ein... Ja, sei da froh, dass wir uns überhaupt um dich kümmern. Wir können dich ja auch, äh... Ja. Nein, wir sind ein Team. Äh, kennst du das, äh, was Team eigentlich ausgesprochen bedeutet? Was... Wie wird das denn aus... Was soll das denn bedeuten? Erzähl. Toll ein anderer macht's. Hä? Toll ein anderer macht's. Aha. Immer die Anfangsbuchstaben. Ach, toll ein anderer... Ah ja, alles klar. Ja, ich hatte, äh, saß jetzt ein bisschen auf der Leitung. Der macht grad'n Reconnect. Aber die Bahnhofseider sehen ja ganz cool aus. Wir dürfen uns jetzt hier nicht so weit entfernen. Der, äh, Ghost macht doch grad'n Reconnect. Hier ist eine, äh, ein grünes T-Shirt. Da müsste man doch eigentlich auch, ähm, Racks rausmachen können. Tears into Racks, jawohl. Wo bist denn du, dass du dich mal kurz neben mich stellen kannst? Weil ich kurz auf die DB-Map... gehen möchte. So... Kann sein, oder? Jo. Warum, was hast du denn vor zu gucken? Ähm... Was am cleversten ist, wo wir langlaufen. Ich weiß auch nicht, wie weit ihr da ein Ziel schon habt. Naja, wir wollen dann wieder in die Militärlager. Wir brauchen Munition. Du brauchst Munition. Du brauchst dann vielleicht auch noch ein Ersatzmagazin. Also müssen wir runter nach, äh, Cerno. Müssen dann nach, äh, Balota. So wollt ihr. Oder wir gehen quer durch, äh, durchs Land und gehen, äh, Nord-West-Airfield und, äh, das Militärlager da oben. Genau, das hatte ich nämlich vorgeschlagen. Das ist aber ein weiter Weg. Da haben wir nämlich... Ja, aber wir haben genau mittig vom Weg nochmal einen Brunnen. Zwei Stück sogar. Und ein Dorf. Ja, wir müssen für dich auch noch eine Flasche finden. Ich meine... Wir haben ja, äh, äh, ein Ghost dabei, aber... Daraus kannst du schlecht trinken. Verliert ja genug Wasser. Der steht immer noch da. Ja, das bitte ich. Der ist mal, äh... Ach, da ist er ja wieder. Komm los, Leute. Dann, äh, dann lass uns zumindest mal aus Berenzino raus. Dann ist der Erik jetzt der Führer. Was machst du denn da? Schon wieder... Können wir mal... Können wir mal... Das Problem wird, der schiebt sich gerade eine Line. Ähm... Wollen wir mal kurz Pause machen? Ja. Wie? Nee, lass uns erst aus Berenzino raus. Okay. Dann können wir wegen mir pausen... Pausieren. Irgendwo in irgendein Waldstückchen, wo wir uns schön... Verkriechen können. Nee, hier müsste... Hier müsste eine Straße Richtung... Nächsten Dorf irgendwie rausgehen. Aber den kürzesten Weg jetzt zum Nord... äh, zum Militärlager dann. Aber nicht Nord... Aber nicht Nord-Ost-Airfield, weil da kommen wir erst her. Den kannst du nämlich vergessen, den Airfield. Mit der kleinen Air-Strip da oben. Ja, den kannst du vergessen. Achso, das wäre nämlich ein Plan gewesen. Dann sag an, wie es weitergeht. Na, toll. Ich will zur Polizeiwache da erstmal hin. Ja, genau, das will ich auch. Äh, Schüsse! Schüsse! Ich hör's! Hinlegen! Ich sehe sie in oben im Wald. In oben im Wald, hinter der Polizeiwache. Okay, alles klar. Das sind Bambis. Also nicht ganz so Bambis. Sind in den Wald da gelaufen. Gut. Einer hatte weiße Sachen an. Wollen wir sie jagen? Ja, logisch. Die haben das Feuer auf uns eröffnet. Ich geh links rum. Ja, ich glaub jetzt nicht so wirklich auf uns. Aber ja, fast so ungefähr. Okay. Ich geh ins Bahnhofgebäude. So eine hatte weiße Sachen. Sie sind in den Wald gelaufen. Sie schießen... Also ziemlich weit oben, oder was? Richtig. Nee, Anfang des Waldes sind sie. Dann sind wir hier gleich um die Ecke. Ja, sind sie auch. Ich geh noch ein Stück weiter rechts, da wo der Zug aufhört. Wir hatten geschossen. Auch wieder die? Ich hab grad nicht geschossen. Also ich geh auf das Schulgebäude, wo wir eben drin waren. Ja. Meinst du diesen Wald, wo diese Hügel noch drin sind? Hier vorne? Ja, 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 ja. Direkt hinter dem Bahnhofsgebäude. Nähe der, äh, vom, äh, ja. Ist direkt am Rand hier. Ach, mich regt grad mein Druckzeug so auf. Ähm, können wir nochmal über die Stellung von denen reden? Ja. Ja, natürlich. Ich weiß nämlich jetzt noch nicht genau, wo ihr meint. Dieses kleine Waldstück hinter den Schienen, da wo jetzt Schüsse herkommen. Ich geh jetzt auch auf dem Wald auf so einen kleinen Hügel, okay? Alf, ich sag dir mal eine Gradzahl an. Ich hab keinen Kompass. Ich bin jetzt auch auf dem Wald. Ihr wisst ja, wie ich aussehe mit meiner blauen Binde. Gehst du den Hügel da hoch? Ja, ja, jetzt bin ich. Die müssen genau vor dir schießen. Ja, ja, ich weiß. Wir sind hier auch. Wer hat'n geschossen? Sind immer noch die. Ah, jetzt seh' ich da einen. Das ist ein Zombie. Wo sind die, Alf? Ich hab'n Zombie gesehen. Da steht einer. Ich liege, ich liege. So. Ich corche. Ich liege auf dem Hügel. Ah ja, du bist nicht auf einer Straße. Ne, ich liege auf dem Hügel in diesem Wald. Weil ich die gerade absuche. Stefan, hast du einen Kompass? Nein. Ich seh' sie. Sie sind hinten. Ganz hinten sind die beiden. Ja, ja, ganz hinten. Ich seh' sie. An der Straße, ne? Ja. Die laufen hoch. Die werden genauso auf der Suche sein wie wir. Die müssen hier zwischen uns schon die ganze Zeit umeiern. Einer hat sich hingelinkt. Ja, weil ich auf ihn geschossen habe. Einer ist ins Haus. Ich hab' ihn... Gut. Ja. Er muss tot sein. Ich glaub' das war'n Zombie, Stefan. Nein, das war'n Spieler. Der hat nen Rucksack auf. Seid aber erstmal noch vorsichtig. Erstmal noch beobachten. Ich hab' einer schossen. Ich hab' auch einen erschossen. Der liegt da. Ja, ich hab' den auch nochmal angeschossen. Sehr gut. Ich auch. Sag mal, ist das bei euch auch so neblig? Ja. Oh, ich seh' ihn. Wo ist er? Er läuft im Wald hoch. Da oben ist ne Kuh. Die dreht sich. Er läuft im Wald hoch. Sehst du ihn, Stefan? Nein, ich seh' ihn nicht. Ich bin nicht weit weg. Ich hab' nen Schuss gehört. Das ist Stefan, lass' es. Kriegen wir nicht. Die rennen den Wald hoch. Ja, warte mal. Was ist denn die? Der? Ja, einer. Es muss aber noch einer sein. Irgendwo. Ach, den habt ihr gekillt? Wir haben... Ne, ne, ne. Zwei gekillt, ne? Naja, einen nur. Ich hab' noch denselben geschossen wie du. Ach so. Es waren ja auch nur zwei. Es waren drei. Ach so. Es waren meiner Nacht und drei. Da sind noch weiße Flecken. Wo? Wo sind wir? Von mir aus könntest du's sehen, aber ich hab' leider nicht das Scope dafür. Ich hab' nen Scope dafür. Wo bist du denn? Oder ist das... Alf, kann die Scope auch zoomen bei der AUG? Nein, wo bist du denn hier rein? Nein, einmal. Einmal. Einmal kannst du da... Also, ne? Du kannst einmal durchgucken durch das Scope und mehr nicht. Stefan, hinter dir. Geh' nochmal hoch auf den Hügel. Ja. Ja. Und jetzt? Links. Drehen. Jetzt an dem Baum vor dir vorbeigehen? Ja, auch da bist du. Okay. Wollt ihr den einen looten? Nein, noch nicht. Noch nicht. Okay, wo... Guck mal jetzt, wie ich gucke, da siehst du zwischen den Tannen doch mal ne weiße Fläche. Also, das könnte auch krass sein oder so. Ah, das ist kein Spieler. Also, ich kann das einsehen, den Toten. Also, den seh' ich ganz genau. Der liegt ja da bei dem Häuschen, ne? Ja, ja. Genau. Und einer müsste auf der Straße noch liegen, wenn ich mich nicht irre. Echt? Hast du auch einen getötet? Ich hab' da auch mal draufgehalten, aber ich weiß jetzt nicht, ob das ein Zombie ist. Das kann ich schlecht erkennen. Okay. Aber auf der Straße wird gefährlich. Bei der Hütte, da bist du... Und einer ist ganz hoch hinten in den großen Wald gelaufen. Ja. Ganz weit, danke. Da kann ich hochgucken, aber ich seh' da im Moment noch nichts. Auch nichts. Ich war als Danke für die auch, aber es ist schon ein bisschen doof, dass man nicht zoomen kann. Naja, du kannst einmal durchgucken. Er hat dann das Fadenkreuz und das war's dann. Mhm. Da hört mal ein 60er Magazin ab. Direkt? Ich guck hier rechts auch ein bisschen den Wald ab, ja. Warte. Da kommt einer! Wo? Wo? Wo kommt der? Haben wir ihn? Ja. Hast'n? Ja, Stefan hat ihn. Wo ist er? Stefan liegen bleiben. Wechsel meine Position, damit wir nicht am selben Ort liegen. Der kautscht noch. Dann töte ihn. Oder? Nee, das war der nicht. Vielleicht können wir noch ein bisschen Munition von denen dann abstauben. Aber es muss dann, fehlt immer noch einer. Nein, nein, das war ich. Ich hab noch dreimal auf ihn drauf geschossen. Es muss aber dann... Ich komm jetzt auch da hoch. Jetzt hab ich die Faxen dicke. Hätten wir schon mal zwei von dreien. Also ich mein, das wären drei gewesen, aber hundertprozentig. Ich glaub das waren zwei, das dahinter war nur ein Zombie. Nein, das waren auf jeden Fall drei Leute. Das war doch eine Frage. Nichts, dass wir jetzt nicht mehr da sind. Ich glaube, das war schon mal so. Jetzt kommt wieder langsam zurück. Immer dann runter. Ich möchte noch mal gleich mal hier. Ich bin rechts und so ganz sicher. Ich bin rechts. Das war immer noch mal. Ich bin rechts. Ich bin rechts und so zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020